Grundsätzlich war es die Frage, wie eben Lehr- und Lernformate gestaltet werden müssen, damit sie sowohl für die Studierenden als auch für die Lehrenden einen Mehrwert ergeben und natürlich auch der Erfolg gesteigert wird. Im Einzelnen haben wir uns damit beschäftigt, wie eben diese Lehrformate entwickelt werden müssen, wie sie integriert werden können. Es macht ja heute keinen Sinn mehr, das Analoge gegen das Digitale auszuspielen, sondern beide müssen integraler Bestandteil eines modernen Curriculums sein. Automatisch haben sich natürlich dann auch Fragen angeboten, und die gilt es zu lösen, der Anrechnung, der Anerkennung, der Zertifizierung. Hier ist natürlich das Thema Qualität und Qualitätsentwicklung ein zentrales. Und natürlich heute ganz wichtig ist auch die Öffnung der Hochschulen, die Durchlässigkeit zwischen den Systemen und natürlich die Ansprache nicht-traditioneller Studierendengruppen. Generell ist es so, dass wir festgestellt haben, dass Digitalisierung ein Treiber ist, auch ein Katalysator. Viele der Probleme, die wir diskutiert haben, sind nicht neu. Sie werden aber sehr viel dringender und drängender in ihrer Lösung, eben durch die Digitalisierung. Als Stichworte würde ich hier gerne nennen zum einen die Kapazitätsverordnung, aber auch Urheberrecht, Nutzungsrechte. Zum anderen ist natürlich verbunden mit der verstärkten Nutzung von digitalen Angeboten auch eine Entwicklung und eine Zurverfügungstellung von Medien- und Informationskompetenz. Das muss integraler Bestandteil sein, sowohl in den Curricula, als auch natürlich die Möglichkeit, dass Lehrende sich diese Kompetenzen aneignen können. Es war ja zum einen ein Experiment, mit so vielen Expertinnen und Experten, verschiedenen Gruppen dieses Thema anzugehen. Dieses Experiment ist gelungen. Das Ergebnis ist, dass wir zum ersten Mal eine Bündelung der verschiedenen Sichtweisen, auch der Ergebnisse, auch der Potenziale der Digitalisierung in einer modernen Hochschullandschaft haben. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen zu kurz gedacht, wenn das Hochschulforum Digitalisierung nur auf die Hochschulen wirken würde. Es hat auch eine große Strahlwirkung auf die Politik, auf die Hochschulpolitik. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir hier sehr realitätsbezogen, sehr fundiert zum einen den Stand der Digitalisierung in Deutschland erarbeitet haben. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass sich natürlich mit der fortschreitenden Digitalisierung auch wieder neue Problemstellungen ergeben. Und dass es auch noch Probleme zu lösen gilt. Also denken wir wieder an Urheber, an Nutzungsrechte, an eben überkommene Kapazitätsverordnungen, Deputatsregelungen, die gilt es zu regeln. Das war's für Sie, als Sie mit fünf Bündelung sehen. Und wenn Sie auf Sie, wie wir einfach hier aufpassen, können wir fahren und können, wie wir es schon Herr estavam inilla. Also von Sie, wie wir schauen, sind Sie auf dieוכ cerveんでiran mir kstoffiert promise? Und wenn Sie sich auf, dass Sie halt möchten, die nur auf die Freiheit haben, und wir sind gleichzeitigvio etwas aktiv. Und wenn Sie diese Zeit不知道, was eine Art der Fremse zu beim Land zurückgre אומרt ist, Untertitelung des ZDF, 2020